Anna Maria Damm gewöhnt sich noch an Alltag mit zwei Kindern. Anna Maria Damm, 27, und ihr Verlobter Julian Gutjahr, 26, schweben derzeit im Babyglück. Erst vor wenigen Tagen erblickte ihre zweite gemeinsame Tochter Kaya das Licht der Welt. Punkt. Die fünfjährige Eliana durfte ihre kleine Schwester auch bereits kennenlernen. Nun wurde die einstige... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da am 17. April bei mir vorzeitig Wehen eingesetzt haben, haben wir aufgrund verstärkter Narbenschmerzen vom ersten Kind den Kaiserschnitt vorgezogen, erklärte die frisch gebackene zweifache Mama gestern im Netz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020